15. Dezember. Kennt ihr das Problem, wenn man Hauben und Mützen aufsetzt und die Haare sind total eingedäpscht? So, ich habe das ultimative Geschenk für euch, nämlich ein Trockenshampoo von dem Star Friseur André Schulz aus München. Das heißt, man kann sich im Rand umdrehen, die Haare wieder richtig auffrischen und das geht rucki zucki, egal ob lange Haare, kurze Haare und du schaust wieder extrem frisch aus. Das Ganze kommt zweimal zu euch und dazu auch noch die Power-Maske für die Haare. Das ist ein super, super Set, wenn euch das wichtig ist, wenn ihr schöne Haare haben wollt, dann jetzt ab in die Kommentare. Es geht sich noch aus, bis zum 24. Dezember. Schön zu sein.